Herzlich willkommen, treten Sie ein in unser Opernhaus Düsseldorf. Die Deutsche Oper am Rhein unterstützt die Kulturliste Düsseldorf. Wir tun das aus voller Überzeugung und wir freuen uns sehr über die zahlreichen Vorstellungsbesuche, die von Gästen der Kulturliste Düsseldorf daraus immer wieder entstehen. Die Kulturliste ist maßgeblicher Baustein dafür, dass in Düsseldorf jeder Mensch an der Kultur teilhaben kann. Das ist uns als Oper besonders wichtig. Dafür herzlichen Dank und toi 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 an die Kulturliste. Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen.